Stolpersteine. Lüri-Straße 4, Konstanz. Hier wohnte Bertha Maurer geborene Männer. Jahrgang 1895, verhaftet 1936. Konzentrationslager Moringen, Lichtenburg und Ravensbrück. Überlebt. 1923 tritt Bertha Maurer aus der katholischen Kirche aus und lässt sich noch im gleichen Jahr neu bei den Zeugen Jehovas taufen. Richtig aktiv wird sie erst in den 30er Jahren. Sie besucht Kongresse der Zeugen Jehovas, Bibelforscher damals genannt. Und sie wird aktiv am Schmuggel von Schriften aus der Schweiz, auch an Geldüberweisungen. Insofern hat sie eine gewisse Führungsposition in der Konstanzer Gruppe. Arnulf Moser hat die Geschichte der Konstanzerin Bertha Maurer recherchiert. Seit 1933 werden die Zeugen Jehovas verfolgt, auch weil sie den Kriegsdienst und den Hitlergruß verweigern. Bertha Maurer etwa nimmt an einer internationalen Protestaktion teil. Die Zeugen schicken aus der ganzen Welt Telegramme an die Reichsregierung. Hören Sie auf, Jehovas Zeugen weiterhin zu verfolgen. Sonst wird Gott sie und ihre nationale Partei vernichten. 1936 wird Bertha Maurer verhaftet. Ein Gericht verurteilt sie unter anderem wegen Propaganda für eine verbotene Gruppe zu zehn Monaten Gefängnis. Und dann passiert etwas, was vielen Zeugen Jehovas passiert ist. Ab 1936, 1937 bei der Freilassung wartet die Gestapo auf sie und verlängert die Haft. Sie kommt in die frühen Frauen-KZs, Mohringen im Harz und dann Lichtenburg bei Thurgau. 1939 wird sie ins Frauen-KZ Ravensbrück verlegt. In ihren Erinnerungen schreibt Bertha Maurer, Die Machthaber dachten wohl, dass wir bald erledigt sein würden, doch sie irrten. Unser Glaube war stärker als ihre Gewalt. Immer wieder drängen die Nazis Bertha Maurer, ihrem Glauben abzuschwören. Anolf Moser Sie sind auch insofern ein Sonderfall, als sie die einzigen sind, die die Freilassung erhalten können, wenn sie unterschreiben, dass sie der Religion abschwören. Bertha Maurer unterschreibt nicht. 1944 schickt man sie nach München in die Zentrale der Organisation Lebensborn. Hier werden Kinder, zum Beispiel alleinerziehender Mütter, im Sinne der Ideologie des Dritten Reiches erzogen. Bertha Maurer darf die Säuglinge nicht anfassen, sie darf nur ihre Wäsche waschen. Dort hatten wir die Gelegenheit, die Kinder der Herrenrasse in Augenschein zu nehmen. Sie wiesen keinerlei Vorzüge auf. Sie hat dort Bombardierungen miterlebt und das Heim wurde verlagert nach Steinhöring, Oberbayern, wo sie dann das Kriegsende erlebt hat. Die mittlerweile 50-Jährige kehrt nach Konstanz zurück und ist weiterhin bei den Zeugen Jehovas aktiv. Sie stirbt 1985 im Alter von 90 Jahren.